Hallo, ich bin der Hockey und ich habe die Ehre, euch durch das Promotion Video der wahrscheinlich besten Austria 3 Coverband zu begleiten. Ich würde sagen, wir starten gleich durch und schauen einmal, wo diese Musik entstanden ist, nämlich in Wien. Musik 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 Das Schönste an unserer Konzerte ist, dass das Publikum einen großen Teil der Lieder kennt und es sich nicht nehmen lässt, uns stimmgewaltig zu unterstützen. Musik 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 Im Großen und Ganzen habt ihr jetzt einen Überblick, wie ein Konzert von A3 Fütterlos ausschaut, bzw. wie es klingt. Wenn es euch gefallen hat, legt es ein paar Euro auf die Seite und meldet euch bei uns. Wir verabschieden uns mit der inoffiziellen Hymne von Österreich, ein bisschen was zu mitsingen, Stimmbandeln schmieren, es geht los, für dich. Für alle Blut und Mama stört, so wie auch mit Namen von euch steu'n. Ich bin aus Österreich, ich bin aus Österreich, ich bin aus Österreich. Ich bin aus Österreich, ich bin aus Österreich. Ich bin aus Österreich, ich bin aus Österreich. Bambi Taboriano Polo-Gitarre Tomas Sprogi, Piano, Süssi-Tresa Freitagieriger Freund, Achtung von Tredini Alle Bassgitarre, Wickelisch Alle Schnöge auf Gitarre Fürs Neck, Schatz, wie der Woi-Vorpé Schöner Laufstuh, bis Freund, Schaffschick Schatz, wie der Woi-Vorpé Schatz, wie der Woi-Vorpé